So, ihr kleinen Gamebanger, wir befinden uns im dritten Teil von Journey Saga. Saga, ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt noch einen zweiten Teil von diesem wunderschönen, einzigartigen Erlebnis. Ich muss mal kurz nachschauen, ob ich wirklich aufnehme. Ja, ich nehme auf, ich bin nicht Amma. Ich bin nicht Amma, diesmal wollte ich schon sagen. Okay, mal sehen, was uns diesmal erwartet. Also der zweite Teil von unserer Reise hat mich richtig weggehauen. Das war die eine Szene, wo ich, ihr wisst schon, ihr wisst ganz genau, welche Szene das war. Ihr braucht es nur unten zu schreiben, ich weiß, dass ihr es wisst. Also die Leute, die es gesehen haben, das war genau die Stelle, wo ich einfach, wow. Das finde ich so faszinierend, diese Welt, das kommt mir fast vor wie Atlantis. Ich frage mich, ob wir auch so etwas haben, weißt du, wir können es ja nicht sehen. Also es gibt mehrere Gründe, da können wir nicht so tief da tauchen wegen dem Druck. Unsere Kämpfe explodieren. Genau so. Ich wurde zum Boden geschlagen. Ich bin glücklich geworden. Aber es heißt nicht, dass es gleich böse war. Vielleicht war es eine Art Kraft. So wie bei Cornicles. Habt ihr nicht, wir sind schon gesehen? Cornicles ist aber geil. Bombe. Ich feier das. Ich versuche weniger zu reden, sonst nervig nur. Wunderschön. Aber wohin muss ich jetzt? Das ist auch aufregend. Fast wie das erste Mal. Obwohl, naja. Wie lange lebst du schon hier? Hey. Das ist jetzt nicht schön, was du gemacht hast. Wie soll ich nach oben kommen? Wenn du mir alles zerstörst und mir alles wegnimmst. Du, unbekanntes Objekt, unbekanntes Wesen. Wie soll ich jetzt damit leben, wenn du sowas mir antust? Es wird immer schöner und immer aufregender. Das ist wie ein... Oh, ich darf nicht entdecken. Ich frage mich, ob ich sterben kann. Aber er darf mich nicht sehen, so wie ich es mitbekommen gerade habe. Darf er mich nicht sehen. Ich muss still sein. Wir schaffen das. Glaub mir, wir schaffen das. Glaub mir. Boah, ist das schön. Das ist alles so aus von Schien. Ja. Sie dürfen mich nicht sehen. Wir müssen vorsichtig sein. Da sehe ich Licht. Ich frage mich, ähm, da ich gelesen habe, dass dieses Spiel ziemlich kurz ist, weiß ich nicht, was unsere letzte Folge sein wird. Oh, ich muss aufhauen, ich muss aufhauen. Nein, 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 du kriegst mich, du kriegst mich, du kriegst mich, du kriegst mich, du kriegst mich. Boah, das war jetzt. Das war jetzt Hammer. Ich habe nur darauf gehofft, dass irgendwas passiert, was mich rettet. Und das ist immer das Gute, das Positive. Man fühlt sich auch gerade in Sicherheit. Oh, 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 ich muss da hin. Das ist mein Auftritt jetzt. Ich muss mich hier hinsetzen. Das ist schön. Das ist geil. Ich feiere sowas. Wir sind nicht mehr weit entfernt, wie es aussieht. Was sagst du? Wir sind nicht mehr weit entfernt? Ich kann es nicht erklären, was gerade passiert. Deswegen schauen wir einfach. Diesen Typen kenne ich. Meisterwerk. Ich sag's euch. Das ist ein Meisterwerk. An jedem einzelnen Kopf, der daran gearbeitet hat. Respekt. Jeder einzelne. Und es schien sowas. Lass mich raten. Ich muss nach oben, oder? Bestimmt muss ich nach oben. Das würde ich nicht nach hinten da hinschauen. Aber das ist nicht mehr. Das Spiel ist ein Erlebnis. Können es alle glaube ich, also die jetzt von ersten Teilen mich verfolgen. Ja, ich habe es geschaut, ich habe es geschaut, ich habe es geschaut. Nein, ich habe mich ausgereicht. Aber was, wohin muss ich dann? Was hätte ich machen sollen? Okay. Ich freue mich, dass es gerade alles klappt. Und ich hoffe nicht runterzufallen. Ich muss jedes Mal nach deutschen Wörtern suchen, weil ich immer noch der gleiche Kanaka bin. Wie vor zehn Jahren. Weil ich hinter Größe spreche. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Yeah! Ich glaube, das Spiel wäre selbst etwas für meine Mutter. Und wenn sie sich nur wagen würde, es zu probieren. Das ist echt interessant. Das Spiel ist eigentlich für jeden. Das ist eine Aufsteigerung. Oh! Nein! 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 Ich glaube, wir sind irgendwo angekommen, aber ich weiß nicht wo und was ich machen muss. Was ist jetzt? Bin ich hier richtig? Gibt es hier irgendeine Navigation? Ah, okay. Es geht immer her. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich falle wirklich. Oh nein, ich falle. Aber ich falle nicht. Ich bin immer noch hier, ich bin noch hier. Ich glaube, ich muss. Ich muss ein bisschen kostenlos von. Ich muss mitten fließen lassen. Mich fließen lassen. Mich treiben lassen. Genau, treiben war das perfekte Wort dafür. Wann treibst du ein wunderschönes Wesen? 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 Was gibt noch hier? Wann treibst du im Krieg? Wann treibst du in den Kontext? Was wäre das? Ich liebe es, ich spiele. Das ist wirklich mein allererstes Spiel. Wir sind fast da, wir sind fast da, Leute, wir sind fast da, ich schaffe es noch in dieser Folge, ich schaffe das noch, ich schaffe das. Ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch, 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 ich schaffe das noch. Das erinnert mich leicht an das Ende von Mission to Mars. Und die Kamera zeigt an, dass sie leicht überhitzt ist. Die Kamera zeigt gerade an, dass sie leicht überhitzt ist. Und das heißt, diese Folge kann jede Sekunde vorbei sein. Das ist das Problem mit dieser Kamera, jedes Mal das gleiche. Aber in der nächsten Folge geht es weiter. Ich schaffe das noch, ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch, ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch, ich schaffe das noch.